Einen schönen Vormittag, mehr oder weniger, kann man sagen, oder? Wenn man sowas hört wahrscheinlich, was sagen Sie denn zu den neuen geplanten EU-Maßnahmen, dass es tatsächlich dann unmöglich sein wird, draußen bei Lokalen zu rauchen? Ich frage mich, wo die Leute dann rauchen wollen, denn man verschiebt ja das Problem nur. Ich sehe ja das immer wieder in der Stadt, wo nach dem Schließen der Schanigärten die Leute direkt vor den Lokalen stehen, beziehungsweise neben den Schanigärten und dort für Lärmentwicklung sorgen und für Unruhe. Das heißt, wir haben schon genug mit diesem Problem zu kämpfen. Wenn man jetzt das noch aus den Schanigärten rausnimmt, dann wird das wirklich dramatisch. Und ich appelliere, wir sind in einer Wirtschaftskrise, der Gastronomie geht es trotz voller Lokale aufgrund der geringen Margen und der gewaltigen Kostensteigerungen nicht besonders gut. Wenn jetzt noch eine Belastung dazukommt, dann ist das wirklich sehr, sehr traurig. Ich weiß, wir sagen immer, die Gastronomie hat zu kämpfen. Und das stimmt auch über die letzten 15, 20 Jahre, weil sich die Rahmenbedingungen sehr, sehr stark geändert haben. Da haben wir auch, das haben wir auch Brüssel bis zu einem gewissen Grad zu verdanken. Und ich muss dazu sagen, wenn das jetzt kommt, das wird nicht lustig, weil diese Erfahrung haben wir. Es wird dann wieder auf den Gastronomen abgeladen, so quasi, ja, wir machen das Gesetz, Rauchverbot im Schanigarten, wie er damit umgeht, wie er mit den Gästen umgeht, wie er mit den Rauchern umgeht, das ist uns wurscht. Und wir stehen dann da, werden mit Anzeigen bombardiert und haben die Probleme umgehalst bekommen, die aus vielen hundert Kilometern weg vom Schreibtisch herkommen. Auch in den sozialen Medien geht es rund, seitdem das gepostet wurde. Unter anderem, viele sagen, das ist schon so eine Bevormundung, die man da immer teilweise mitmacht. Wie sehen Sie das? Also mit dem Zerbrechen der Koalition in Deutschland, mit der kommenden Koalition vielleicht hier in Österreich und mit der Wahl des amerikanischen Präsidenten gehe ich davon aus, dass die Wok-Welle langsam abebbt. Und da wird dann hoffentlich auch die Bevormundung ein bisschen ein Ende nehmen, ganz speziell, wenn die Grünen nicht mehr in der Regierung sind. Weil Sie gerade die Grünen ansprechen, die sind ja als Einzige derzeit sehr dafür. Ich meine, dass Rauchen nicht gesund ist, darüber braucht man, glaube ich, nicht reden. Aber darum geht es im Endeffekt jetzt gar nicht. Man kann den Leuten nicht Dinge verbieten. Und wie Sie selber sagen, das ist natürlich ein Wahnsinn dann für die Gastronomie eben. Glauben Sie, sehen die Grünen das so nicht? Oder sagen Sie, das ist einfach egal? Wir gehen aufs Thema Gesundheit. Kostet es, was es wolle? Es ist einzusehen, dass Rauchen nicht gesund ist. Es ist immer noch die Entscheidung der einzelnen Personen. Durch das Rauchverbot in den Lokalen, was jetzt die Nikotinzigaretten betrifft, werden die anderen Gäste nicht mehr belästigt, weil man eben nicht mehr drinnen rauchen darf. Über die Einstellung der Grünen und ihre Ideologie möchte ich und werde ich mich hier nicht auslassen. Es ist ja schon viel passiert in der letzten Zeit, oder? Gerade das Thema Rauchen, wenn man ein Lokal besitzt. Das hat ja, glaube ich, schon sehr viel Unmut gemacht, oder? Da wurde damals sehr viel umgebaut. Dann war es dann doch wieder ganz anders. Schreckt das viel auch ab, zu sagen, ja, ich traue mich, wenn man nicht weiß, was kommt eigentlich noch auf einen zu? Die Rahmenbedingungen sind nicht einfach. Wir sind hier leider in Mitteleuropa und das ist offensichtlich unsere Mentalität, dass wir viel zu viele Regeln brauchen, dass wir bevormundet werden. Das scheint in unserer DNA zu sein. Es gibt einen wunderbaren Spruch. Das heißt, in Amerika gibt es Innovation, in China gibt es das Nachmachen und in Europa gibt es die Regulation. Und darüber müssen wir hinweggehen. Aber das pfeift Mensch und die Spatzung vom Dach, wie es so schön heißt, dass wir uns dringlichst im ganzen Kontinent etwas einfallen lassen müssen, dass wir wieder wirtschaftlich vorankommen. Jetzt erstellen sich viele die Frage, betrifft das dann eigentlich auch E-Zigaretten? Was glauben Sie? Und würde das wirklich einen Unterschied machen? Ich meine, die Raucher, die prinzipiell rauchen, sie rauchen ja nicht alle E-Zigaretten, auch wenn das ein großer Trend ist, oder würde das irgendwas mindern, wenn das noch erlaubt wäre? Es kommen dann immer wieder Experten, die sagen, wir haben keine Langzeitstudien, was die Auswirkungen der E-Zigaretten betrifft. Wir wissen nicht, ist das jetzt gesund oder ist das noch viel, viel schlechter als wirkliche Zigaretten. Also verbieten wir das lieber gleich im Vorhinein oder sprechen uns gegen die Benutzung der E-Zigaretten aus. Dass es eine gewisse Erleichterung wäre, weil es nicht unmittelbar, zumindest nach meinem Verständnis, nicht unmittelbar die gesundheitliche Gefährdung darstellt, wie das Passivrauchen bei regulären Nikotin-Zigaretten ist da. Man wird dann sehen, wie der Gesetzgeber entscheidet. Was mich beruhigt ist, dass nach wie vor es eine nationale Angelegenheit ist, weil es ist ja eine Empfehlung aus Brüssel und dass sich sämtliche relevanten Parteien hier dagegen ausgesprochen haben, weil auch diesem langsam bewusst wird, dass man möglichst wenig wirtschaftliche Einschränkungen in Zukunft haben sollte. Kommen wir auch schon zur großen Thematik. Wie sieht es denn generell aus für die Gastronomie? Womit hat man vielleicht zu kämpfen und was läuft gerade besonders gut? Beginnen wir mit dem Positiven. Ich freue mich sehr, was ich von meinen Kollegen und Kolleginnen höre, weil das die ganze Saison gut läuft, weil die Menschen genießen das. Das entspricht auch den Umfragen, die wir vorher gemacht haben. Also wir sind optimistisch und begründet optimistisch in diese Saison gegangen. Es laufen auch die Weihnachtsreservierungen an. Das geht jetzt los. Und wie gesagt, das ist die wichtigste Saison in unserem Jahr. Da machen wir mehr als ein Drittel des Jahresumsatzes in diesen beiden Monaten. Das ist also elementar wichtig. Das ist das Gute. Nach wie vor zu kämpfen haben wir mit Mitarbeitermangel. Wir brauchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Branche. Wir zahlen auch gut. Es gab gewaltige Preissteigerungen. In welcher Branche gab es in den vergangenen zwei Jahren fast 20 Prozent Gehaltserhöhung, was den Kollektivvertrag betrifft. Und wir zahlen auch noch drüber viele Lokale. Also das wäre noch gut. Was die Kosten betrifft, die Energiekosten, warten wir auf den Winter. Warten wir, wie die Entscheidung ist, beziehungsweise wie es sich entwickelt, was die Gaspipeline durch Ukraine betrifft, wie sehr das Einfluss hat auf unsere Preise. Ich weiß, dass Europa sich hier doch anders ausgerichtet hat. Und ich hoffe, die österreichischen Energielieferanten können das halten, was sie jetzt versprechen. Heißt, dass es für die Bevölkerung und natürlich auch für die Unternehmen dann einen vertretbaren Energiepreis gibt. Das sind die zwei Hauptthemen. Ich glaube, da hoffen wir alle darauf, weil wir kennen es ja auch schon ganz anders, oder? Das war ja unglaublich. Teilweise manche zahlen immer noch die Raten ab. Auch das muss man sagen, sowohl privat als jetzt natürlich auch, wenn man Gasthäuser besitzt oder große Immobilien. Zum Thema Mitarbeiter vielleicht noch. Welche Schmangel würde es denn geben, dass man sagt, okay, man bringt ein paar mehr Leute jetzt wieder dazu, sich für die Gastronomie zu interessieren? Ist ja ein sehr spannender Job, oder? Es ist ein spannender Job, es ist ein schöner Job. Natürlich ist er anstrengend, keine Frage. Natürlich muss man auch am Wochenende arbeiten, nicht jedes Wochenende. Wir haben hier für unsere Branche verhältnismäßig großzügig die Regelungen getroffen. Es ist auch einzusehen, dass man das ein oder andere Wochenende mit der Familie verbringen möchte oder mit Freunden. Aber wenn man dann unter der Woche, wenn man Ruhetag ist, einkaufen gehen kann, dann hast du weniger Stau als am Samstagvormittag, oder am Nachmittag. Also das ist wieder dein Vorteil. Und es gibt ja auch viele andere Branchen, die Schichtdienst haben. Also das ist durchaus zu machen. Es geht über die Bezahlung hinaus. Man geht individuell auf den Mitarbeiter ein. Und das funktioniert schon ganz gut. Aber das muss natürlich noch mehr in die Menschen und in die Bevölkerung hineingetragen werden. Dann Herr Topscher, ganz abschließend noch, das Christkind oder der Weihnachtsmann kommt davon, woran man glaubt, kommt ihr bald. Was wäre Ihr kurzer Weihnachtswunsch? Dass die Regierung wirklich hinter der Wirtschaft steht und sich bekennt, dass nur eine funktionierende Wirtschaft dem Land Wohlstand bringt, dass man, und ich höre das, seit ich auf der Welt bin, und das sind jetzt schon ein paar Jahre mit Bürokratieabbau, Senkung, Lebenskosten, Lohnnebenkosten, das sind immer Schlagworte, die man hört. Und in Wirklichkeit ist da noch wenig passiert. Im Gegenteil, das wäre mein Wunsch, dass man in diese Richtung den Rahmen lockert, den Unternehmen mehr Freiraum gibt. Du kannst sowieso nicht alles verbieten. Ich sage mal, in den USA ist alles erlaubt, was nicht verboten ist. Bei uns ist alles verboten, was nicht erlaubt ist. Und aus dieser Spirale müssen wir endlich aus. Schön, dass es ein Stück weit ist. Und da sind wir uns auch schon bei uns sehr acknowledgement, Attachung, kann alles gut gut ist? Vielen Dank.